Lektion 1 Willkommen bei PureData Willkommen zu dieser Reihe von Tutorials, die PureData gewidmet sind. Was ist PureData? PureData ist eine grafische Programmierumgebung, die ab den 90er Jahren entwickelt wurde, um interaktive Computermusik und Multimedia-Werke zu erstellen. PureData ist Open Source, also kostenlos, plattformübergreifend und aufgrund seiner Visual-Beschaffenheit ein idealer erster Schritt in die Welt der Softwareprogrammierung und bietet eine benutzerfreundlichere und intuitivere Schnittstelle als reine Textcodierung. Was bedeutet grafische Programmierumgebung? Es bedeutet, dass in einer solchen Programmiersprache Funktion oder Objects miteinander verknüpft oder durch Verbindungslinien gepatcht werden innerhalb einer Umgebung, die dem Benutzer ein grafisches Feedback liefert, das den Fluss der Steuerung und des Tons modelliert. Dies gewährleistet eine extreme Flexibilität und ermöglicht es dem Benutzer, eine beliebige Anzahl an verschiedenen Algorithmen auszuführen, die er oder sie in der Umgebung implementieren kann. Wofür wird PureData normalerweise verwendet? Es kann verwendet werden, um Live Electronics zu betreiben oder mit anderen Worten Echtzeitverarbeitung von extern eingehenden Sounds, die zum Beispiel mit einem Mikrofon erfasst werden. Es könnte auch verwendet werden, um digitale Synthese von Signalen zu betreiben oder mit anderen Worten für die Produktion von Klängen, die primär von Algorithmen innerhalb der Software generiert werden. In dieser Serie werden wir uns auf diesen letztgenannten Aspekt konzentrieren. Ich werde Ihnen die Basic-Techniken der Klang-Synthese in PureData zeigen. Darüber hinaus werden wir sehen, wie es möglich ist, diesen Prozess interaktiv auszulösen und zu steuern, indem externe Sensoren verwendet werden, und zwar diejenigen, die in einem smarten Elektrogerät enthalten sind. Als Open-Source-Software sind viele verschiedene Versionen von PureData verfügbar. Wir werden die Hauptversion mit dem Namen Vanilla verwenden. Wenn Sie auf puredata.info gehen, ist sie unter Downloads verfügbar. Also lassen Sie es uns herunterladen und installieren. Sobald die Software installiert wurde, lassen Sie uns diese öffnen und das erste, was Sie sehen, ist dieses Fenster. Dies ist das Log-Fenster, in dem Sie den Audio-Prozessor ein- und ausschalten können. Und das alle Nachrichten und Fehler, die von der Software generiert werden, anzeigt. Jetzt ist es weiß und leer, weil wir noch kein Patch erstellt haben. Patch ist der Name der Datei, die Sie erstellen, wenn Sie einen Algorithmus in PureData erstellen. Algorithmus ist ein technischer Begriff und kann leicht als eine Reihe von Anweisungen übersetzt werden. Um einen neuen Patch zu erstellen, müssen Sie zu File, New File gehen. Oder wenn Sie Mac-Benutzer sind, Ctrl-N oder Command-N auswählen. Der Patch, den wir erstellt haben, sagt uns noch nichts, weil er leer ist. Das erste, was zu sagen ist, ist, dass es möglich ist, eine große Menge von verschiedenen Objects zu erstellen. Dies sind Funktionen oder mit anderen Worten logisch-mathematische Operationen, die entsprechend Ihrem Inhalt etwas ausführen. Um ein Objekt zu erstellen, schlage ich vor, dass Sie immer Tastaturkürzel verwenden, da sie schneller und einfacher sind. Um ein Objekt zu erstellen, wählen Sie einfach Ctrl-1 oder Command-1 bei Max. Ich habe dieses leere Feld erhalten, in das ich den Namen des Objekts eingeben muss, wenn ich ihn kenne. Beginnen wir mit etwas Einfachem und Vertrautem, um ein Objekt zu erstellen, das in der Lage ist, zwei Zahlen zu summieren. Also geben wir einfach Plus ein. Wenn Sie es vorziehen, das Menü anstelle der Tastenkürze zu verwenden, um ein neues Objekt zu erstellen, gehen Sie einfach zum Menüpunkt Insert und wählen Sie Object. Wenn Sie zum Menüpunkt Help gehen und List of Objects auswählen, können Sie auf die Liste aller Objekte zugreifen, die in Pure Data verfügbar sind. Wenn Sie mit der rechten Maustaste darauf klicken und Help auswählen, können Sie den Hilfe Patch entsprechend für jedes Objekt anzeigen. Gehen wir zurück zu unserem Plus-Objekt. Wir haben diese kleine Box mit diesen zwei Eingängen oben, die den Eingehen der linken und rechten Operanten darstellen und einen Ausgang, durch die das Ergebnis unserer Summe zur Verfügung gestellt wird. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Objekte in Pure Data von oben nach unten betrachtet werden müssen. Wir haben einige eingehende Daten an ein Objekt durch die Eingänge gesendet und das Objekt gibt uns das berechnete Ergebnis durch den Ausgang zurück. Wie kann ich Zahlen eingeben? Durch das Erstellen einer Numberbox oder mit anderen Worten eines Containers, der einen Wert beinhalten kann. Dazu muss ich Ctrl-3 oder Command-3 eingeben oder aus dem Menü Insert Number auswählen. Ich verbinde die Zahlen durch Leitung, die Patchcords genannt werden. Um ein Patchcord zu erstellen, klicken Sie einfach auf den Ausgang und ziehen Sie die Leitung bis zum Eingang des Objekts und klicken Sie erneut, um es freizugeben. Wir erstellen eine dritte Numberbox, um das Ergebnis der Summe anzuzeigen. Pure Data Patches werden in zwei Modi angezeigt. Ein Edit-Modus, der es uns ermöglicht, die Objekte zu bearbeiten, zu bewegen und währenddessen Patchcords zu zeichnen. Dies wird auch auf der Titelseite des Patches in eckigen Klammern angezeigt. Und ein Run-Modus, der es uns ermöglicht, den Patch zu sperren und die Zahlen zu ändern, wie wir es zum Beispiel gerade tun. Um zwischen den Modi zu wechseln, schlage ich vor, dass Sie die Tastenkürze Ctrl-E oder Command-E verwenden. Wenn ich jetzt 3 plus 2 sage, bekommen wir als Ergebnis 5. Wie Sie sehen können, wenn ich die Zahl, die dem rechten Operanten entspricht, bewege, ändert sich das Ergebnis nicht. Aber wenn ich den linken Operanten bewege, wird das Ergebnis aktualisiert. Dies liegt daran, dass Objekte zwei Arten von Eingängen haben können. Heiß und kalt. Daten, die durch heiße Eingänge gesendet werden, aktualisieren das Ergebnis sofort, wie wir sahen, wobei Daten, die durch den kalten Eingang gesendet werden, innerhalb des Objekts gespeichert werden, ohne das Ergebnis zu berechnen. Wenn ich also jetzt das Ergebnis anzeigen möchte, muss ich immer den linken Operanten aktualisieren. Es gibt ein besonderes Objekt, das wir jetzt einführen müssen, das Bang-Objekt. Und wir verbinden es mit unserem Plus-Objekt. Lassen Sie uns nun den Bearbeitungsmodus mit Ctrl-E oder Command-E beenden. Ein Bang ist ein Trigger oder ein Starter, der einem Objekt sagt, dass es das, was im Inneren gespeichert wurde, ausführen soll. Genau das ist das, was wir brauchen, um unsere Summe durchzuführen. Wenn ich die an den kalten Eingang gesendeten Daten ändere, passiert nichts. Aber sobald ich den Bang drücke, wird das Ergebnis des rechten Operanten plus die letzte im linken Operanten gesetzte Zahl angezeigt. Wenn ich jetzt möchte, dass beide Eingänge heiß werden, muss ich nur den Bang mit dem rechten Operanten verbinden, sodass jedes Mal, wenn diese Zahl sich ändert, sie zuerst im Sum-Objekt gespeichert und dann ein Bang an den heißen Eingang gesendet wird, um das Objekt zu aktualisieren. Das Letzte, was wir tun können, ist den Edit-Modus mit Ctrl-E oder Command-E zu aktivieren und ein neues Objekt mit Ctrl-1 oder Command-1 zu erstellen. Dann Print einzugeben und es mit dem Ausgang des Plus-Objekts zu verbinden. Dieses Objekt ermöglicht es uns, das Ergebnis unserer Summe außerhalb des Patches im Fenster Log anzuzeigen. Das ist in der Regel eine bewährte Methode, um zu debacken und die Richtigkeit der Vorgänge zu überprüfen, die innerhalb des Patches ausgeführt werden. In den nächsten Videos werden wir die verschiedenen Arten von Objekten weiterentdecken, die in Pure Data verfügbar sind. Nachdem das Vorgänger zieht, das ist eine kleine Auswirkende. Das ist eine kleine Auswirkende, Das ist eine kleine Auswirkende, die in den aktuellen Jahren Das ist das Gericht, das ist das Gericht, das im Prinzip für eine Ofac-Objekt, das soll Sie es noch tun. Untertitelung des ZDF, 2020